So, jetzt habe ich auch mal wieder die Luftwaffe ausgepackt. Ich werde mir demnächst aber auch mal angewöhnen, die Sniper zu holen. Einfach um zu testen, was dabei rauskommt. Die ballern hier schon rum. Ah, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn echt gesehen, so schnell konnte ich gar nicht reagieren. Ich habe mich die Granate rübergeschmissen, der Vorel. Wollte ich mal so tun, als ob ich Skill hätte. Aaaaaaahhhhhh. Boahhh. Dreckiges Gedick. Hier rennt Titan Zone über mir. Dreckiges Gedick wurde bereit. So. Schießt jetzt auf ihn anders. Dankeschön. Ich hab's echt versucht, ja. Besser die... Besser die... man ich verstehe es nicht ich verstehe es einfach nicht warum kann ich dich nicht zum helfer machen komm ehrlich jetzt ich den hier gelandet wie hier raus ja 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 Was ist das? Au. Guck mal her, Titan. Ich brauch hier Hilfe. Gut, Job, Titan. Sobald ich kann, ruf ich dich wieder. Okay, wir haben erreicht, das Gerolz. Großartige Leistung. Mission erfüllt. Sehr gut. Die 1 Zibel mit einem Bergungsdiskuss. Ihre Expektationspunkte habe ich markiert. Lass wenig entkommen. Mach ihn fertig. Ha, 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 ha. Umgerannt. Die 1 Zibel mit einem Bergungsdiskuss. Ich habe Ihren Evakuierungspunkt markiert. Schalt sie aus, bevor Sie entkommen. 5,5. 1 Zibel mit einer abgeschr gab!! Seit einerاحse ausgebilen, das var Optimus. mich verarschen oder was ich hab ihn kugeln nehmen ihr habt es gesehen kugeln über Ende ohne Ende in den Rücken rein aber er hat es überlebt und ist weggekommen drei Teile zwei platt gemacht QL Luft Gott freigeschalten nein, natürlich nicht ja, war eine gute Runde